Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Z-Battles. Wir kämpfen heute gegen Marco und zwar mit einem neuen Team mehr oder weniger. Die Pokémon kennen wir schon, aber es ist eine andere Zusammenstellung. Und zwar habe ich dieses Mal Mega-Beebor, Rabigata mit Varchar dabei, Evolid, Porygon, Fokusgurt, Austos, ähm, mein Brutalander mit dem Drachium-Z und dann dazu noch Akani mit dem Pyrium-Z. Fällt mir gerade mal so auf, dass ich zwei Z-Pokémon dabei habe. Äh, egal, war jetzt nicht so klug überlegt, aber passt schon. Marco hat einen Blitzer dabei, einen Draguran, einen Vashrotom. Vashrotom, äh, wird schwierig, weil es keine Schwäche hat. Zumindest keine Schwäche, die wir jetzt ausnutzen können. Hostelka, damit könnte er beginnen. Metagross und, ähm, Krawumms. Das heißt, er hat eine Feuerschwäche gut dabei, zwei Pokémon mit Feuerschwäche. Er hätte rein theoretisch auch zweimal die Bodenschwäche drin, wenn da jetzt nicht eben Schwebe vorhanden wäre. Ähm, er hat Draguran... Tö, 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 ja, ist schwierig, ist schwierig. Ich würde aber sagen, er beginnt eventuell mit Vashrotom oder mit Fostelka. Und gegen Fostelka ist eigentlich nur Arcani gut. Eigentlich wirklich nur Arcani. Ähm, wenn er mit Vashrotom beginnt, müssen wir wahrscheinlich wechseln. Und er wird mit Voltwechsel dann wahrscheinlich ebenfalls wechseln. Möglicherweise. Oder er geht einfach mit Hydro-Pumpe rauf, weiß ich nicht so genau. Ähm, ich notiere mal kurz die Pokémon und dann geht's los. Auf geht's! Gegen Marco. Mal sehen, wie das Duell hier auslaufen wird. Auslaufen? Ausgehen wird. Ich wollte nämlich gerade eigentlich so... Ah, ich dachte, jetzt gehst du mal rein, Alter. Schneidest das Z-Battle. Und dann fiel mir so auf, ich hab gar keinen Z-Battle mehr für heute. Deswegen, ganz, ganz live, nehmen wir das auf. Und wie erwartet... Also, wie gesagt, Fostelka oder Rotom. Er beginnt mit Rotom. Haben wir leider also die falsche Entscheidung getroffen. Er könnte jetzt möglicherweise mit einer Hydro-Pumpe raufgehen. Oder möglicherweise rechnet er auch mit einem Wechsel. Und geht auf Irrlicht. Das wäre auch eine Möglichkeit. Voltwechsel, Irrlicht oder halt die aggressive Hydro-Pumpe. Da ist jetzt eben unsere Entscheidung gefragt, wie wir dagegen vorgehen wollen. Wir dürfen auf jeden Fall kein physisches Pokémon einwechseln. Das ist ein No-Go. Das geht nicht. Weil sowohl Austausch, Gavina, Bebop, Brutalanda, wenn die jetzt ein Irrlicht abbekommen, dann ist es vorbei. Das wollen wir nicht. Akani selbst ist natürlich gegen Irrlicht immun. Auch ein Voltwechsel wäre jetzt nicht so schlimm. Aber wir können halt auch wenig gegen Rotom machen. Deswegen wird ihm klar sein, dass wir wechseln. Und ich denke, es kommt ein Voltwechsel oder ein Irrlicht. Ich denke, Tok Tok ist nicht die optimalste Lösung dagegen. Aber die beste, die wir haben. Zumindest. Um eben die Attacke abfangen zu können. Von daher. Ich habe so das Gefühl, in meinen Pokémon-Kämpfen geht es immer so los, dass ich einen richtig beschissenen Start habe. Und im Prinzip erstmal so ein, zwei Pokémon verliere. Und dann fange ich irgendwie an, auf Hochtouren zu laufen. Und hole das dann oftmals auf. Oder eben nicht. Aber es ist oftmals dann relativ knapp. Das ist ein bisschen doof. Das ist ein bisschen doof. Jetzt haben wir also unser Porygon drin. Das Ding ist, mit unserem Porygon können wir nichts gegen Forstelka, nichts gegen Metagross machen. Er wird aber auch nicht so viele Möglichkeiten haben. Er wird einen Mega-Metagross haben, merke ich gerade. Das ist natürlich eher suboptimal. Ich glaube, ich gehe... Also es wird jetzt, denke ich, Metagross kommen. Oder Forstelka. Einer von beiden. Triplette wird daher sehr gut abgefangen werden. Aber ich hoffe eben auf die Statusveränderung, die dabei mit rumschwingen kann. Das wäre nämlich schon ganz nett. Und immerhin haben wir einen Spezialangriffs-Boost. Das darf man auf jeden Fall hier an dieser Stelle nicht vernachlässigen. Okay. Dann wird jetzt, denke ich, Metagross reinkommen. Ich hoffe eher auf Forstelka. Forstelka wäre angenehmer. Ich weiß auch nicht, ob er weiß, was für Attacken wir drauf haben. Er geht auf Krawumms. Das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler an dieser Stelle. Ein Triplette sollte gut Schaden machen. Reichen wird es, denke ich, nicht ganz. Leider nicht. Und wir sind jetzt eben angeschlagen. Und jetzt weiß ich nicht, was von Krawumms kommt. Ob da möglicherweise eine Kampfattacke kommt gegen Porygon. Das könnte halt sein. Krawumms dürfte ziemlich langsam sein. Right. Ich glaube schon. Ich glaube irgendwie nicht, dass es mich besiegen kann. Ich kenne mich mit Krawumms aber auch nicht so sehr aus. Überschallknall, Stab, das wird wehtun auf jeden Fall. Aber ich glaube, das überleben wir. Hoffe ich. Ich gehe daher riskanterweise auf eine Agilität. Fokusstoß kann er. Okay. Das wird jetzt sehr, sehr hart. Aber wir packen es. Auch mit der Verbrennung. Deswegen habe ich noch keine Genesung eingesetzt an dieser Stelle. Ich weiß gar nicht. Wie viel hatten wir gerade? 110 KP. Dann könnte es ungefähr die Hälfte abgezogen haben. Würden wir uns aber mit Genesung immer noch eine Weile gegenheilen können. Und Fokusstoß ist mega ungenau. Das heißt, das könnte auf Dauer irgendwann mal daneben gehen. Und ich glaube fast nicht, dass er jetzt auf Fokusstoß geht, oder? Oder rechnet er mit einer Genesung? Er ist immer noch schneller. Was? Ist es Gewalt? Es wird Gewalt sein, ne? Boah, scheiße. Ich habe es tatsächlich kurz in Betracht gezogen. Aber man dachte mir dann so, Gewalt des Krawumms? Ich weiß ja nicht. Okay. Fokusstoß wird also gerade gespielt. Fokusstoß. Aber Krawumms ist angeschlagen. Ah, Bibor wäre jetzt richtig gut reinzubringen. Weil wir den Angriff auf plus drei pushen könnten. Dann würden wir gegen Metagross, glaube ich, einigermaßen ankommen können. Nicht perfekt. Waschrotom würden wir gut ankommen können gegen... Dragoran möglicherweise. Blitzer möglicherweise. Aber das Problem wäre echt vor Stelka. Aber ich denke, ich werde... Ja, wobei, ne? Aber wenn er Gewalt ist auf Fokus... Äh, wird er ja eh wechseln. Dann wird er ja jetzt gegen Bibor eh wechseln. Oder gegen Brutalander oder so. Das heißt, pushen wäre eigentlich eine gute Möglichkeit. Oder wir probieren es mit Austaus. Aber Austaus kann halt auch so leicht wieder abgefangen werden. Ah. Aber bei Austaus wäre halt die Möglichkeit, dass Fokusstoß daneben geht. Aber ne, dann kommt irgendwas mit Priomove rein. Das wäre alles nicht so pralle. Ich denke, ich werde auf Bibor gehen an dieser Stelle. Versuchen wir das mal. So. Und er wird höchstwahrscheinlich auswechseln, nehme ich mal an. Und geht, denke ich, auf vor Stelka oder auf Metagross. Und um das Momentum zu behalten, gehe ich auf Kehrtwende, denke ich. Ich hoffe nur nicht, dass er drinnen bleibt, aber ein Fokusstoß, ein Gewalten. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass es so schnell ist. Ne, Initiative von über 160. Kann ich mir bei Krabbums nicht vorstellen anders. Okay, er ruft zurück. Das ist wunderbar. Und es kommt vor Stelka. Leider, wie erwartet, hoffentlich ohne Beulenhelm. Das wäre ganz nett. Denn Schaden werden wir hier an dieser Stelle nicht drücken. Aber wir können jetzt Akani rein switchen. Und Akani ist schon mal eine super Sache. Denn er wird wahrscheinlich mit vor Stelka dann raus switchen. Und wir können einfach auf ein Irrlicht gehen. Und das wäre schon mal nicht so verkehrt. Hat aber gar nicht so wenig Schaden gemacht. Das heißt, mit einem Plus-3-Angriff hätte das schon ganz gut wehgetan. Aber nicht gereicht. Okay, wir gehen jetzt auf Akani. Genau, wir können auch auf Brutalander gehen. Wäre auch eine Möglichkeit, aber ich denke, Akani ist die bessere Wahl. So. Er muss jetzt auf jeden Fall mit einer Feuerattacke rechnen. Das ist ganz klar. Und deswegen wird er möglicherweise auf Vashrotom oder auf Drago rangehen. Das ist jetzt so meine Vermutung. Gegen Rotom können wir nach wie vor nicht allzu viel machen. Deswegen würde ich sagen, setzen wir das Irrlicht ein. Und das war's. Mehr machen wir hier an dieser Stelle nicht. Ähm, okay. Er ruft vor Stelka zurück. Und ich denke, Rotom kommt. Rotom kommt, genau. Und dann können wir Rotom zumindest schon mal verbrennen. Och, komm schon. Okay, geht daneben. So, möglicherweise kommt jetzt wieder ein Voltwechsel. Gavina wäre daher eine richtig gute Möglichkeit, um das abzufangen. Andererseits kann da eben auch eine Hydro-Pumpe kommen. Und eine Hydro-Pumpe wäre schwierig. Zumal wir mit Gavina gegen Rotom nicht viel machen können. Erdbeben trifft halt nicht aufgrund von Schwebe. Das heißt, das ist eigentlich keine Option für uns. Hm, Austaus ist natürlich keine Option. Rotalanda nur so semi. Bibo nur so semi. Mit Akani drinbleiben. Weiß ich nicht, ob es so optimal wäre. Es sieht nicht gut aus. Das kann man hier, denke ich, schon mal festhalten. Ich glaube, ich werde mit Akani drinbleiben. Aber er kann damit auch genauso gut rechnen. Weil wir vorhin eben schon seinen Voltwechsel gesehen haben. Auch wenn wir es vorhin schon prediktet haben. Das weiß er ja nicht. Wir gehen auf Irlig, denke ich, an dieser Stelle. Ja, er bleibt. Ja, dass er drinbleibt, ist erstmal klar. Da er ja auf Voltwechsel gehen würde. Ist jetzt die Frage. Geht er auch wirklich auf Voltwechsel? Ja. Okay. Das heißt, er könnte jetzt, ja, weiß ich nicht, Dragoran, Blitzer, irgendwie einen von denen reinbringen. Wahrscheinlich Blitzer, weil es schneller ist. Oder ein gewaltes Krawumms. Das geht natürlich auch. Gewaltes Krawumms ist auch möglich. Also das wird ein hartes Kämpfchen. Ich sehe momentan wenig Möglichkeiten, wie wir das gewinnen werden. Uh. Ob ein Turbo-Tempo ausreicht, um es zu besiegen? Ob ein Turbo-Tempo ausreicht? Ich meine, ein Versuch wäre es wert. Definitiv. Reicht das aus? Es ist Stärke 80. Krawumms hat, glaube ich, nicht wenig Kapi, aber auch nicht so mega gute Verteidigungswerte. Und wir haben einen passablen Angriff. Ich glaube, ich würde es gerne versuchen. Es könnte aber auch knapp nicht reichen. Aber wir müssen mal jetzt hier ein bisschen Gas geben. Und das gewahlte Pokémon schon mal wegzukriegen, das ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Von daher Turbo-Tempo. Hoffentlich reicht es. Ja, es reicht. Okay, sehr gut. Dann haben wir Krawumms schon mal weg. Jetzt wird möglicherweise wieder Rotom kommen. Wieder mit Voltwechsel. Oder halt mit einer Hydro-Pumpe. Geht natürlich auch. Ähm, was könnte ansonsten kommen? Vostelka, Metagross sind keine Optionen. Dragoran, Blitzer würde halt noch gehen, ne? Mit Blitzer könnte er schnell nachsetzen. Würde uns outspeeden. Höchstwahrscheinlich. Und enormen Schaden drücken, wenn uns nicht sogar besiegen. Und Dragoran... Ja... Würden wir outspeeden, haben wir aber wenig Möglichkeiten gegen. Er geht aber ganz klassisch auf Rotom. Und ich... Ja... Wir könnten durchaus mit einem Irrlicht hier an dieser Stelle rechnen. Und Irrlicht wäre für keines unserer Pokémon gut. Brutalander höchstens. Ja... Brutalander wäre eine Möglichkeit gerade. Damit würden wir die Hydro-Pumpe abwehren. Sofern eine kommt. Wir gehen auf Brutalander. Das ist eigentlich unsere einzige Möglichkeit. Unsere einzig sinnvolle Möglichkeit. Problem ist, wenn jetzt Volt-Wechsel kommt, kann er natürlich wieder genau das passende dagegen einsetzen. Was möglicherweise... Ich weiß gar nicht, was da so optimal gegen Brutalander wäre. Dragoran vielleicht ist aber auch riskant. Er geht aber auf die Hydro-Pumpe. Das ist sehr, 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 sehr gut. Es macht jetzt nicht wenig Schaden, aber es ist in Ordnung. Okay. Ob er jetzt wechseln wird? Oder wird er uns burnen? Er muss mit einem Draco-Meteor rechnen an dieser Stelle. Das heißt, er wird nicht auf Dragoran gehen. Und auch nicht auf Blitzer. Vor Stalker wäre eine gute Möglichkeit, um es abzuwehren. Das definitiv. Er könnte auch auf Volt-Wechsel gehen. Sofern es nicht gewalt ist, das Rotom. Aber da er ja eben schon das andere gewalt war. Krawumms, rechne ich damit eher nicht. Aber es könnte natürlich auch sein, dass er... Aber Moment, vorhin hat er Irrlicht eingesetzt. Und dann gegen Porygon-Z. Und ist dann mit Volt-Wechsel raus oder ganz normal raus? Ach, ich weiß es nicht mehr. Schade, das wäre interessant. Das heißt, also meine Optionen sind gerade halt wirklich einen Draco-Meteor raufballern. Das würde gut Schaden machen. Oder Ruheort. Ich glaube, ich gehe auf einen Flammenwurf. Er bleibt drinnen. Schade. Wird wahrscheinlich mit Volt-Wechsel... Ja, Flammenwurf war eigentlich dumm. Wenn er wechselt, dann mit Volt-Wechsel. Das war nicht so klug. Aber jetzt ist ihm vielleicht klar... Ah, fuck. Das war richtig dumm von uns. Das war richtig dumm. Jetzt muss er nur ein schnelles Pokémon wie Blitzer reinschicken. Und das würde Brutalander besiegen. Das war ein großer, großer Fehler von mir gerade. Weil Flammenwurf, klar. Wechsel auf Hostelka war jetzt nicht so unrealistisch. Aber halt nur per Volt-Wechsel. Und deswegen war das sehr, sehr dumm. So, jetzt ist Dragoran drin. Dragoran. Ich würde sagen, dass wir Dragoran outspeeden können. Aber da er das jetzt hier reinschickt, bin ich mir dann nicht so sicher. Aber ich glaube schon. Haben wir Optionen? Akani höchstens. Also, um erstmal den Angriff zu senken, aber eher nicht so. Initiative von 167. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er schneller ist. Außer Turbo-Tempo. Und das reicht, glaube ich, nicht. Aber er könnte eine Multischuppe haben, ne? Er könnte eine fucking Multischuppe haben. Und damit kann er sogar Eistrehle überleben. Und dann könnte er Schwächenschutz einsetzen und gerade vielleicht auf den Drachentanz gehen. Das wäre eine Möglichkeit. Äh, wenn es mit Schwächenschutz spielt. Ich weiß nicht. Vielleicht mit einem richtig mächtigen Set-Angriff. Ja, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir werden einfach alles reinhauen in den Draco-Meteor. Und das drastische Drachendröhnen raushauen. Ich hoffe, dass es reichen wird. Wir sind auf jeden Fall schneller. Er wird es mit Multischuppe spielen. Wird danach Brutalanda möglicherweise besiegen. Ähm. Ich hoffe mal, dass es ausreichen wird. Es ist immerhin um die Stärke 200. Plus sehr effektiv. Plus Stab. Plus alles. Dran und drum und dran. Aber manchmal reicht halt selbst ein Eistrahl nicht gegen eine Multischuppe Dragoran. Aber es reicht an dieser Stelle. Es reicht. Okay. Das ist gut. Ähm. Option wäre gewesen, wenn er jetzt halt auf Drachentanz gegangen wäre, eben Brutalanda besiegen lassen oder irgendein anderes Pokémon opfern. Dann Austauschrei mit Prior-Attacke rausnehmen. Wäre eine Möglichkeit gewesen. So. Okay. Wir haben es jetzt mit Blitzer zu tun. Blitzer, ähm. Sollten wir mit Gavina wunderbar abfangen können. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es kann Spukball auf jeden Fall. Aber Energieball glaube ich nicht. Bin ich mir nicht sicher. Gehen wir jetzt auf jeden Fall mal rauf. Und dann dürften wir, denke ich mal, mit Waschrotom rechnen danach. So. Hallöchen. Mein Name ist Gavina. Und Blitzer geht auf Delegator. Okay. Da wir gewalt sind, ist das so eine Sache. Ich denke, ich gehe trotzdem auf Knirscher. Damit kriegen wir den Delegator klein. Und falls er wechselt... Also er kann jetzt eine Runde auf jeden Fall safe drinbleiben eigentlich. Und dann sieht er auf, was wir gewalt sind. Und kann demzufolge perfekt wechseln. Aber mit Knirscher treffen wir, glaube ich, alles neutral. Und einige ist sogar sehr effektiv. Metagross zum Beispiel. So. Was ist seine Taktik hinter dem Delegator? Ein Spukball. Wie viel macht das? Zu viel? Ne. Absolut in Ordnung. Absolut in Ordnung. Und Leben. Boah. Ja. Jetzt wird er, denke ich, wechseln. Da bin ich mir ziemlich sicher. Er ist halt schneller. Er könnte nochmal was hinterher setzen. Die Frage ist halt, was? Und wenn er wechseln sollte, dann wahrscheinlich auf Waschrotom oder Vostelka. Und ich meine, wenn wir denen ein bisschen Schaden beibringen, ist das schon mal ein Anfang. Vostelka würde ich eigentlich keinen Zug gönnen wollen. Deswegen könnten wir auch riskanterweise auf Arcani switchen. Weil er jetzt auswechseln wird und dann auf Metagross wird dumm. Weil Knirscher sehr effektiv ist. Heißt Waschrotom oder Vostelka kommen in Frage? Ne. Ich glaube, wir greifen einfach an. Ich glaube, wir greifen einfach an. An dieser Stelle. Er ruft Blitzer zurück. Wer kommt von den beiden? Es kommt Rotom. Gut. Gut, dass wir nicht auf Arcani geswitcht sind. Das ist sehr, sehr viel wert. Eine Verteidigungssenkung würde ich sehr gerne mitnehmen. An dieser Stelle. Kriegen wir nicht. Ich glaube, der Knirscher reicht knapp nicht aus. An dieser Stelle. Jetzt ist wieder Pokern auf höchstem Niveau. Wobei Rotom wahrscheinlich auf Irrlicht gehen wird. Das ist möglich. Also Rotom hat jetzt wieder drei Möglichkeiten. Entweder er rechnet mit einem Wechsel von uns. Könnte deswegen entweder auf Irrlicht gehen. Oder auf den safeen Volt Wechsel. Der hätte aber keine Wirkung gegen Gavina. Er kann auf eine Hydro-Pumpe gehen. Damit kann er sowohl uns treffen. Also Gavina sehr, sehr hart treffen. Als auch Arcani, was wir rein wechseln könnten. Denn er kann ja auch auf Irrlicht gehen. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Diese drei Sachen hat er momentan. Ich weiß übrigens nicht, was der vierte Move ist. Vielleicht Light Tyler. Das könnte sein. Aufgrund von Irrlicht. Ist er so risky und geht auf Volt Wechsel? Das wäre schon nicht schlecht. Wenn er das predikten würde, dass wir raus wechseln. Ich bin mir aber nicht sicher. Tun wir es, tun wir es nicht? Gavina. Gavina bräuchten wir. Für Blitzer und Metagross ist es schon noch sehr viel wert. Und Rotom rauszunehmen wäre halt auch super viel wert. Brutalanda, ja, können wir noch sehr gut gebrauchen. Aber brauchen wir auch nicht mehr so dringend. Deswegen wechsle ich hier jetzt auf Brutalanda. Hoffe auf die Hydro-Pumpe. Glaube ich nicht. Aber ich hoffe, dass er darauf geht. Oder auf Irrlicht wäre jetzt nicht so geil. Aber wäre okay. Auf Erholung. Oh, Erholung ist der Move. Mit Maronbeere dann. Wahrscheinlich, ne? Das ist sehr interessant. Ja, okay, tatsächlich. Jetzt ist es halt einfach wieder komplett fit. Soll uns nicht weiter kümmern. Wir gehen auch auf Ruheort. Er wird wahrscheinlich mit Voltwechsel rausgehen. Und das richtige Pokémon rein switchen. Was eventuell Metagross wäre. Das kann sehr gut sein. So, von daher. Erstmal hochheilen. Soweit, so gut. Soweit, so gut. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Kämpfchen. Auf Augenhöhe. Voltwechsel kriegen wir sehr gut pariert. Genau, stimmt. Weil wir den Flugtyp auch noch verlieren. Von daher war Ruheort noch eine bessere Variante. Habe ich gerade gar nicht bedacht. Aber stimmt ja. Okay, und jetzt denke ich. Metagross wäre eine Option. Und Metagross könnte uns auch extremen Schaden zufügen. Fände ich nicht gut. Oder er geht auf Blitzer. Blitzer wäre vollkommen in Ordnung, glaube ich. Er schickt aber Blitzer in den Kampf. Okay. Dann werden wir Blitzer, denke ich, als nächstes rausnehmen. Wir müssen eine Sache binden. Ja, okay. Wir gieren. Blitzer wird schneller sein und uns outspeeden. Jetzt ist halt die Frage. Gehen wir auf einen Draco Meteor? Oder versuchen wir es mit Flammenwurf hinzukriegen? Das weiß ich halt nicht. Flammenwurf gegen Blitzer. Könnte in Ordnung sein. Könnte in Ordnung sein. Aber vielmehr auch nicht. Ich versuche es mit dem Draco Meteor. Blitzer hier relativ safe ausnehmen. Wir können ja immer noch den Draco Meteor daneben hauen. Donnerblitz kommt. Wie viel Schaden macht das? Wenig wird es nicht sein. Wenig wird es nicht sein. Ja, da hatte ich scheinbar recht. Ah ja, Lebenorb. Ja, hätten wir trotzdem. Ja, mit Gavina. Ja klar. Wir hätten auf Gavina wechseln sollen. Ah. Dumm. Dumm. Jetzt ist die Sache. Wie gehen wir gegen Rotom vor? Gegen Rotom haben wir nicht so viele Optionen. Wenn wir ganz ehrlich sind. Austausch mit Hausbruch. Ach ja. Aber Rotom hat auch wieder Irrlicht. Bibor. Ja, wenn wir Bibor gepusht hinbekommen, könnten wir Rotom One-hitten. Dazu müssten wir aber den richtigen Moment abwarten. Ich denke, ich gehe hier an dieser Stelle auf Gavina. Um erstmal Druck zu machen. Dann muss er wechseln. Und er wird entweder wieder auf Forstelka oder auf Rotom gehen. Das heißt, unsere Variante ist dann Knirscher. Was wir einsetzen werden. Würde auch Blitzer besiegen, glaube ich. Und Metagross auch großen Schaden zufügen. Deswegen gehen wir hier an dieser Stelle auf Knirscher. Im Prinzip, Gavina sollten wir eigentlich auch nicht verlieren. Ist gegen Metagross noch eine enorme Waffe. Sowohl mit dem Erdbeben als auch mit der Unlichtattacke. Und da es ein Mega-Metagross ist, ist das auch nicht gerade langsam. Das heißt, da brauchen wir schon schnelle Pokémon. Und ob Akkani Mega-Metagross outspeedet? Ich bin mir nicht sicher. Möglicherweise. Möglicherweise. Es kommt dieses Mal Forstelka rein. Ich hoffe ganz... Also, es wäre eigentlich optimal... Ja, der Schaden ist ungefähr ganz gut. Trägt es Überreste? Okay. Wir gehen weiter rauf. Ich möchte Forstelka gerne in den roten Bereich bringen. Dass wir mit Bibor finishen können. Das wäre hervorragend. Das wäre sehr, sehr gut. Dann würde Bibor möglicherweise alles aufräumen können. Blitzer auf jeden Fall. Wenn es schneller ist. Aber es hat eine Endet von 200 ungefähr. Da Blitzer Leben obträgt, sollten wir es outspeeden können. Ich hoffe, dass jetzt nicht die Tarnsteine kommen. Aber genau die werden kommen. Genau. Damit ist Austausch im Prinzip raus. Hätten wir eventuell auf Austausch wechseln können, ne? Aber passt schon. Okay. Und es trägt Überreste. Da wird es... Möglicherweise jagt es sich mit Explosionen in die Luft. Das wäre eher ungeil. Werden wir sehen, ob das kommen wird. Falls ja, überlebt das Gavina, glaube ich sogar. Okay. Er bleibt drin. Das macht mir ein bisschen Angst. Knirscher kommt. Reicht halt nicht aus. Gyrobal kommt. Okay. Macht es viel Schaden. Es geht auf jeden Fall. Es geht. So. Forstelka ist angeschlagen. Wir könnten es jetzt finishen. Optimal wäre es halt, das noch für Bibor zu lassen. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob Bibor das mit einer Attacke hinbekommt. Weil es halt nicht so effektiv ist. Forstelka rauszunehmen ist schon mal nicht so verkehrt. Und deswegen gehe ich jetzt, glaube ich, weiter auf Knirscher einfach. Danach wird, denke ich, Rotom kommen. Und gegen Rotom wird es dann wieder ekelhaft werden. Ich denke, da werden wir einfach Austausch dann opfern. Austausch hat keinen Sinn mehr, wenn die Tarnsteine liegen. Deswegen bin ich echt kein Fan mehr von Focus God Pokémon. Also, wir gehen erst mal einfach auf Knirscher. Forstelka sollte hoffentlich down gehen. Ja. Okay. Damit ist Forstelka raus. Und Hochmut wirkt. Stimmt. Unser Angriff erhöht sich. Das ist natürlich auch nicht zu missachten. Jetzt wird, denke ich, Rotom kommen. Metagross kommt. Metagross kommt. Meint ihr, ein Patronenheap reicht aus? Never, oder? Wir gehen einfach auf den Knirscher. Das ist sehr effektiv. Wir sollten es outspeeden. Ich habe Angst vor dem Patronenheap. Aber ich hoffe, dass wir das aushalten. Und wir haben den gepushten Angriff. Von daher, jetzt oder nie. Jetzt ist die beste Möglichkeit, Metagross möglichst viel Schaden zu machen. Es wird zu Mega Metagross. Ich bin mir nicht sicher, warum er Mega Metagross reinschickt. Und nicht einfach Rotom. Er muss sich sicher sein, dass der Patronenheap ausreicht. Er geht aber nicht auf den Patronenheap. Dann verstehe ich es nicht. Beim besten Willen nicht. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das war ein großer Fehler auf seiner Seite. Da verschenkt er seine stärkste Waffe, vor der ich am meisten Angst hatte. Rotom ist noch gefährlich. Gerade aufgrund von Erholung und sowas. Das dürfen wir nicht vernachlässigen. Aber, wir haben jetzt... Wenn er jetzt noch Blitzer reinschickt, dann hat er vollkommen verkackt. Weil gerade reicht unser Knirscher noch nicht aus gegen Rotom. Der reicht momentan noch nicht. Aber er wird enormen Schaden machen. Blitzer hingegen würde er besiegen. Und dann würden wir nochmal eine Angriffssteigerung bekommen. Deswegen kann er eigentlich jetzt nicht großartig überlegen. Er muss Rotom reinschicken. Genau. Und dann mit Hydro-Pumpe einfach rauf und es raushauen. Ganz einfache Sache. So, wir müssen auf den Knirscher gehen. Werden wir auch machen hier an dieser Stelle. Dürfte enormen Schaden drücken, aber eben auch nicht reichen. Ja, das ist ganz in Ordnung. Und die Hydro-Pumpe geht daneben. Jetzt haben wir auch noch Glück an dieser Stelle. Hätte, glaube ich, am Ergebnis nichts geändert. Wir hätten danach halt Mega-Bbor mit einer Kehrtwende, mit einem Gifthieb gegen Rotom reinschicken können. Das hätte ziemlich sicher gereicht dank Anpassung und so. Und ja, dann wäre es das gewesen. So oder so. Jetzt ist es sowieso vorbei. Okay. Das war ein spannendes Kämpfchen. Bis der große Fehler mit Metacross kam. Das hat, denke ich mal, den Kampf entschieden. Also, mir ist auch nicht annähernd ersichtlich, warum dieser Wechsel geschah. Wenn dann wenigstens ein Patronenheap gekommen wäre. Okay. Vielleicht wollte er mich rausscaren, weil ich Angst vor einem Patronenheap kriegen würde. Aber das war meine beste Möglichkeit. Mein Angriff war gestärkt. Ich war gerade auf den Stab-Move, der sehr effektiv ist, gewahlt. Warum soll ich da rausgehen? Jetzt oder nie? Von daher, das war auf jeden Fall ein dicker Fehler. Aber dennoch ein GG. Denn bis hierhin war es ein sehr, sehr guter Kampf. Und wenn euch der Kampf gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Däumchen nach oben dalassen. Würde mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns dann morgen hoffentlich mit einem weiteren Z-Battle wieder. Momentan ist es ein bisschen stressig und schwierig hinzubekommen. Immer zwei Videos täglich. Aber ich gebe mein absolute Bestes. Und es wird demnächst auch ein bisschen Abwechslung geben hier im Z-Battle. Denn ich habe mir schon einige besondere Kämpfe ausgedacht. Unter anderem mit eurer Hilfe auf dem Discord. Und zum anderen habe ich auch mal überlegt, QR-Code-Teams einfach zu benutzen. Da weiß ich allerdings noch nicht, wie ich genau an die rankomme. Könnt ihr mir vielleicht ein bisschen Aufklärung verschaffen in den Kommentaren. Ich glaube, ihr könnt auch eigene QR-Code-Teams machen, die ich dann einfach einscanne und benutzen kann. Wäre auch eine Möglichkeit, wenn ihr da irgendwie ein interessantes Moveset habt oder so. Dass ihr da sagt, ja hier, benutzt doch das mal, das Team. Versucht mal damit zu gewinnen oder so. Jetzt natürlich nicht vollkommen in Abfuck mit Taubsy und Raubies oder so. Aber coole Teams, schwierige Teams oder so. Vielleicht kann man da auf jeden Fall was machen. Ich denke, das Z-Battle hat noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Und viel Potenzial, das man ausschöpfen kann. Von daher, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss. Bis dahin und tschüss.